Heute machen wir ein bisschen Jura-intensiv. Es geht um einen bizarren Mordprozess, der vor dem Landgericht Ingolstadt gerade verhandelt wird. Und zwar geht es um die Tötung einer Doppelgängerin mit dem Ziel, ein neues Leben selbst zu starten. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos, der Anwalt, der sogar aus dem Eis geplagten Mainz berichtet. Ja, heute bei uns tatsächlich Unwetterwarnung gewesen. Warnung vor Blitzeis, ja überfrierende Nässe, weil es geregnet hat und der Boden ja gefroren ist. Dann passieren natürlich krasse Sachen. Das ganze Parkhaus hier unten ist fast leer. Ich bin auch der Einzige hier im Büro heute. Die Straße war aber erstaunlich gut. Also ich habe jetzt keine Probleme gehabt, aber heute Morgen war das, glaube ich, anders. Kindergärten waren geschlossen, Schulen geschlossen. Also ja, krasser Ausnahmezustand heute hier gewesen. Ja, und anderswo, glaube ich, noch viel schlimmer. Wie gesagt, bei uns kann man Autofahren aus meiner Sicht kein Problem gewesen für mich. Aber anderswo sicher schlimmer. So, heute mal wieder was anderes, nämlich juraintensiv. Und ich will mich mit einem Mordprozess befassen, der vor dem LG Ingolstadt verhandelt wird. Angeklagt ist eine Frau, der vorgeworfen wird, sie soll eine Doppelgängerin ermordet haben mit dem Ziel, dass sie ein neues Leben beginnen will. Ja, also krass. Sie ist angeklagt und ein Komplize, der mitgemacht haben soll. Hintergrund des Ganzen ein Familienstreit zwischen der Angeklagten jetzt und der Familie des Ex-Freundes. Und das muss wohl richtig krass gewesen sein. Und zwar so krass, dass sie auf die Idee kam, ihren eigenen Tod quasi vorzutäuschen, um eben irgendwo anders ein neues Leben anzufangen und aus diesen Streitigkeiten rauszukommen. Also völlig perfider und natürlich auch abstruser Plan. Die Angeklagte und ihr Komplize haben also Folgendes gemacht. Sie haben über Instagram und Social Media nach jemandem gesucht, der der Angeklagten zum Verwechseln ähnlich sieht. Und haben dann auch jemanden gefunden, das 23-Jährige spätere Opfer nämlich. Und sie haben ihr vorgegaukelt, sie sollte Werbung für ein Kosmetikstudio machen. Und dafür würde sie auch eine kostenlose Behandlung dort bekommen. Und es wäre alles super. Die junge Frau ist da leider darauf eingegangen. Die mutmaßlichen Täter haben sie dann zu Hause abgeholt, sind in ein Waldstück gefahren und haben sie ermordet. Ja, so der Plan der beiden auch gewesen. Und 56 Messerstiche, wohl zum Tod des Opfers geführt. Ja, 23 Jahre alt, ich sag's nochmal, also super, super krasse Tat. Nach der Tat haben die beiden das Opfer dann in das Auto der Angeklagten gelegt, sind nach Ingolstadt gefahren, haben es irgendwo abgestellt, dass man das Auto und die Leiche dann findet. Das ist auch passiert und es schien am Anfang tatsächlich aufzugehen. Ja, die Polizei hat gedacht, okay, das ist das Auto der Angeklagten und die Frau, die da tot drin liegt, sieht auch aus wie sie. Also erstmal schien alles gut zu laufen. Aber als die Kripo dann hinzugezogen wurde, wurde relativ schnell klar, Moment mal, das ist ja gar nicht die, für die wir sie halten, sondern das ist jemand anders. Und schon am Folgetag konnte man deshalb die Angeklagte festnehmen und auch den Komplizen. Ja, also super krasse, krasse Tat, auch krasse kriminelle Energie und allein dieser abstruse Gedankengang, seinen eigenen Tod vorzutäuschen und nicht nur das, sondern das eben auch noch zu untermauern mit jemandem, der einem zum Verwechseln ähnlich sieht. Damit aber nicht genug, ja, das ist ja jetzt der laufende Prozess wegen Mordes. Warum Mord? Also es ist eine Tötung eines Menschen, klar, das wäre dann als Totschlag einzuordnen. Und hier ist aber noch ein oder mehrere Mordmerkmale hinzugekommen, die für den Mord erforderlich sind. In dem Fall ist es vermutlich Heimtücke. Auch sonstige niedrige Beweggründe könnten dazu führen. Es gibt verschiedene andere Katalogmerkmale, die für einen Mord dann erforderlich sind. Also ich tippe hier, wie gesagt, auf Heimtücke. Damit aber nicht genug, dass die beiden jetzt dieses gemeinschaftlichen Mordes angeklagt sind, sondern es kommt noch was dazu. Und zwar für jeden der beiden jeweils noch eine versuchte Anstiftung zum Mord eines jeweils anderen Menschen. Und zwar soll die Frau, also die Angeklagte, hier auch noch einen Auftragskiller beauftragt haben, jemanden zu töten, nämlich den Bruder ihres Ex-Freundes. Also aus dieser verhassten Familie, da hat sie jemand tatsächlich angeheuert, dass er den töten soll. Der hat das dann aber nicht gemacht. Das Ganze ist aufgeflogen. Eigenes Strafverfahren gegen den Auftragskiller. Das Ganze wäre normalerweise eine Anstiftung zum Mord. Das Beauftragen eines Auftragskillers. Da das hier aber nicht zum tatbestandsmäßigen Erfolg, also zur Tötung eines Menschen geführt hat, bleibt es eben bei einer versuchten Anstiftung zum Mord. Ja, schlimm genug. Aber zum Glück hier der Bruder des Ex-Freundes nicht getötet worden. Und als wäre das noch nicht genug, der Komplize von ihr, der wollte, als er schon in Untersuchungshaft war, einen Mithäftling wohl überreden, so die Anklage, dass bestimmte Zeugen, die für den Strafprozess relevant sein könnten, dass der die umbringt. Also auch hier wieder versuchte Anstiftung zum Mord. Der Mithäftling hat das dann nicht gemacht. Das Ganze flog auch auf. Deshalb haben wir hier eine ganz skurrile Situation. Also einmal gemeinschaftlich begangener Mord als Vorwurf und dann noch jeweils versuchte Anstiftung zum Mord. Ja, also super krass. Ein Sachverhalt wie aus dem Krimi sieht man, aber diese Sachen passieren tatsächlich. Auch eine völlig abstruse Idee, ja. Neues Leben anfangen, bringen mal jemanden um, der so aussieht wie ich. Also super hart. 28 Verhandlungstage, bislang angesetzt. 190 Zeugen sollen vernommen werden. Das Ganze in Ingolstadt, wie gesagt. Hat jetzt gerade der erste Termin stattgefunden. Gibt ein paar prozesstaktische Spielchen der Verteidigung. Man will hier eine Aussetzung des Verfahrens erreichen, weil Staatsanwaltschaft angeblich neue Sachverhalte vorgelegt hat. Da bräuchte die Verteidigung erst Zeit, um sich darauf einzustellen. Staatsanwaltschaft sagt, naja, das sind schon Dinge, die wir noch ermittelt haben, die wir jetzt nachgereicht haben, aber das sei nicht unüblich. Und es sei auch nicht in einem solchen Maße, dass das hier zu einer Aussetzung des Verfahrens führen müsste. Also da bin ich immer sehr interessiert dran, wie das Ganze weitergeht, weil es halt wirklich ein schweres Verbrechen ist und auch natürlich ein völlig, völlig abstruser Sachverhalt wie aus einem Kinofilm. Bleibt an der Sache dran und haltet euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, erster Verhandlungstag hat stattgefunden, war aber relativ schnell beendet wegen diesem Aussetzungsantrag. Da wird das Gericht jetzt erstmal drüber entscheiden und dann geht es weiter mit den ganzen Zeugen. Und dann gucken wir mal, ob sich das Ganze auch nachweisen lässt. Für heute sage ich danke und wir sehen uns demnächst. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017